Hallihallo meine Lieben und Willkommen zurück zu Starway! Yes, es geht weiter! Ich weiß, wir hatten jetzt überhaupt keine Pause, weil ich zu langsam bin in Sachen aufnehmen. Aber so ist das Leben, ne? Auf jeden Fall habe ich so lange gebraucht, dass wir jetzt direkt weiterspielen können. Heute kam das Update zu Version 2.2 und Gott sei Dank habe ich heute frei. Und das heißt, wir können direkt loslegen. Also du siehst das Video wahrscheinlich sowieso erst in zwei Wochen. Aber egal, ich habe Bock drauf. Ich muss wissen, wie es weitergeht und deswegen nehme ich das jetzt schon auf. Heißt, wir sind wieder im Vorlauf, aber das sind wir ja in Starway sowieso, da ich ja in der Regel das immer einmal komplett aufnehme. So, nachdem wir dies geklärt haben, können wir jetzt die Quest der große Eisenbahnraub beginnen. Ich bin extra noch nicht zum Astral Express. Ich rede wieder zu schnell. Ich merke das selbst, weil ich so geil darauf bin. Ja, richtig geil darauf bin ich, diese Story weiter fortführen zu können. Und je aufgeregter ich bin, desto schneller werde ich von der Sprechweise her. Und umso mehr verhaspel ich mich auch. Naja, oh Gott, jetzt musste ich auch noch hixen. Das auch noch, weil ich nämlich vorher getrunken habe. Ich lerne es aber auch nicht. So, okay, back to topic, Leute. Wir können jetzt die Quest der große Eisenbahnraub beginnen. Und ich bin extra hier geblieben, also hier an diesem Punkt, weil ich nicht weiß, ob ich nicht aus Versehen diese Quest direkt triggere, wenn ich in den Astral Express einsteige. Und deswegen musst du mit mir zusammen jetzt dorthin gurken, ob du willst oder nicht. So, der große Eisenbahnraub setzte die Geschichte ab der angegebenen Expressstelle fort. Obwohl, im Übrigen, meine ganz kleine Anekdote nebenbei. Im Deutschen wurde Adventurin ohne E hinten geschrieben. Deswegen habe ich den auch ohne E geschrieben. Habe mich aber ziemlich irritiert, weil jeder Adventurin mit E hinten geschrieben hatte. Also auch die Voice-Actor, die hier in Starrail die gewissen Charaktere sprechen. Und ich dachte mir so, hä? Wieso haben wir denn kein E? Und warum haben die ein E? Und wieso steht da kein E? Und dann bin ich extra hier überall hingegangen, um zu gucken. Und im Deutschen wurde Adventurin wirklich ohne E geschrieben. Aber ich glaube, das ist ein Fehler von Hoyoverse gewesen. Oder beziehungsweise von der Übersetzung. Vielleicht ändert sich das jetzt im Nachhinein. Denn hier ist er jetzt auch wieder mit ein E geschrieben. Aber ich habe ihn noch ohne E. Ich werde das nochmal ändern im Nachhinein. Denn ich glaube, das war wirklich ein Fehler seitens Hoyoverse. Und das hat mich irritiert. So, nachdem wir das geklärt haben, damit du weißt, dass ich nicht nur die Namen aussprechen kann, sondern auch nicht schreiben kann, können wir weitermachen. So, also. Obwohl Adventurin mit E sein Leben geopfert hat, um in Penaconi die dunklen Geheimnisse der Familie in der Gegenwart aller zu lüften, wird das Harmoniefest dank der gemeinsamen Anstrengungen der Familie bald stattfinden. Gleichzeitig scheint der Astral Express einen ungebetenen Gast willkommen geheißen zu haben. Ja, warum sind denn immer... Wisst ihr, wie oft der Astral Express eigentlich übernommen werden? Oder übernommen wird? Also, er wird nicht übernommen. Wir verhindern das immer. Aber es ist nicht das erste Mal, dass hier irgendjemand auftaucht. Zwölf Systemstunden bis zum Harmoniefest im Astral Express. Seht ihr? Ich wusste, es geht direkt los. Da ist er! Da ist er! Alle Kino-Männlich! Du wirst zu mir gehören! Entschuldigung, Leute. Du solltest die Waffe nicht auf deinen Hangs richten. Du weißt nicht, wer er ist. Der kann dich mit einem Drachen umboxen. Also, sei vorsichtig, Kumpel. Ich brauch dich noch. Yes! Oh, mein Gott! Bist du sexy! Ich meine, ich mag jetzt die Zähne nicht so unbedingt, aber... Okay. Ja? Er boxt dich um! Habe ich dir gerade schon gesagt. Ja, 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 ja! Uh, uh, uh! Lust anhängen! Oh, du bist doch so sexy, Mann! Boothill! Boothill! A- Galaxy Ranger? You look like you seen a ghost. Did you think we all went extinct? Ha, ha, ha! Well, that's the price you pay for being off-grid for too long. The righteous heroes of the hunt would never hijacken. The astral express. I ain't hijacked anything. What, chatting with someone while holding the gun is considered a- Eh, 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 Kumpel. Eh, eh. Eh, eh. Pardon my frankness, but there are plenty of rumors in the cosmos regarding the Galaxy Ranger's current status. And none of them are pretty stories. I have a hard time believing you. Oh, this is hilarious. The tale that this bunch of fools spin is getting out of hand. Der steht so geil da! Woo! Wuh! Ich swinge auf, glaube ich, Mensch. Oh, 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 oh. Hast du nicht gehört, okay? Er wurde letztens abgestochen, glaubt ja nicht, dass diese Kugel helfen würde. Das weißt du nur nicht. Der hatte so ein richtig dickes Schwert in seinem Körper. Also richtig dick. Da ist so eine kleine Kugel ja gar nichts gegen. Denny hingert die Schnauze voll! Er hat keinen Bock mehr. Wow, guckt mal! Der hatte Patrone! Als Ohrring. Das ist der Jade Abacus, giftet to the Express by the Shenzhou-Lofu General, Jingyuan. Reicht das, Kumpel? Okay. Kann ich dich in mein Schlafzimmer führen, welches ich nicht habe? Komischerweise habe ich ja kein Schlafzimmer. Du bist dran, Kumpel. Name, Alter, Größe, Handynummer. Ja? Ich trink mein Leben bei, ihr redet mir zu viel. Da wird ja mein Hals ganz trocken. Hast du jetzt auch, dass jetzt immer der Deckel dran geschweißt ist an der Flasche? Was bringt uns zusammen, ist eine shared bottom line. Never bully the weak, never kill the innocent. Ich spiel zu viel Fallout. Das ist einfach so, dass du das nicht in der Flasche. Du bist frei, dass du das nicht in der Flasche. Du kannst mich aufreißen. Hm. Seconde Frage. Warum hast du Probleme mit dem Astral Express? Nein, nicht gut. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Oh! Aha! Ja, aber du kommst ja nicht rein. Ich habe doch da eine Hanks Einladung benutzt, oder nicht? Das heißt, es ist gar keine Einladung mehr übrig. Ja, aber ist das, nicht? Ah, ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob es Akron ist oder Firefly. Das hätten jetzt beide sein können. Und das ist perfekt normal. Was ist denn, dass sie die Kraft an den Morten? Dann musst du wissen, dass Emanators auch ihre eigenen Identitäten können. Für viele Menschen ist es besser in dieser Weise. Otherwise, es wäre ein Blödsinn über den Kosmos, oder sogar, vielleicht... ...ein der Rückseite auf den Weg, die sie zu folgen haben. Ich hatte die gute Glück, um in eine Elation Emanator zu sein. Its appearance war nicht anders als die von diesen Klowns. Wenn es nicht durch die Glück war, dass ich es trünen würde, ... ich hätte nie wissen, dass es im Staten ist. Selbst in der puresten Hunde, ... du findest die Sienzio-Allianz unter dem Spotlight und die Galaxie-Rangers lurken in den Schäden. Die Weg sind in der Verkaufung von Menschen, ... und existieren in Plänen außerhalb unserer Verkaufung. Ja, keine Sorge. Welche Welt ist dabei? Mit Welt geht alles klar. Oh, crazy. Sicherheitszone betreten. Ach, okay, wir fangen direkt hier wieder an. Aha. Soll das die Familie sein? Aber die Stimme hört sich so ein bisschen wie Boothil an. Warum sehen die Sterne aus wie von Genshin, hier von der unbekannten Göttin? Wow, die hat erstmal direkt da was durchgeschlitzelt, ey. Ja doch, das muss halt geklärt werden, ja? Ja. Ja. If the harmony is all-embracing, I have no choice but to show some of them the door, for the sake of pentacony and the peace. The planet of festivities has no place for you, a puppet of nihility. Those who live in the shadows do not bear the right to tread the illuminated stage. Speaking of living in the shadows, there's probably not much difference between us. It's only polite to reveal your true self, at least when speaking to others. Pentacony's dream master. I just wanted to say that you can't stay. Whether you believe it or not, this is the real me. What? Das ist voll gruselig hier, ehrlich gesagt. We are one. Oh my gosh. Is this the unity that the family spouses? My mortal shell has long since dissipated. The Oak family's 107,336 offspring are now my eyes, ears and mouths spreading joy across dreams when required. And in times of essential need, exiling evil from this haven in my stead. From the sound of it, it seems like you're asking me to leave, Pentacony. I am glad that you're an understanding one. Alas, I am not asking. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Are you threatening me? What did you get? Also, if I could go to a point. It was a statement, not a threat. Knowing who I am, and still showing such Malice. Oh, 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 oh. This scene played many times before. And usually when faced with my questions, most people report, why can't I? The result has invariably been that they can't. Oh, 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 oh. Be confident, but be reminded. The family is forgiving, but not weak. The chords of the harmony extend across worlds. If you do not comply, when the blade is... Äh, das hat sie schon längst getan. Äh, hallo, siehst du das nicht? You will never be able to escape the eternal Centurion's wrath in all of your lifetime. Mm-hmm, mm-hmm. One hundred and thirty-seven individuals. That is how many heathens I have exiled since I became Dream Master. Among them were those who once severed my wings. And those who immorated my body. And here I stand again. Oh, 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 oh. Damn, was ist das für ein Gespräch, man? And you will die. I mean, all of you will. Oh, 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 wow. Wow. What? Ich dachte, jetzt geht's hier richtig los. Kachin, kachin, kachin. Ich dachte, jetzt geht's. To you, that surely is the only option. Please bear in mind. You and Pinnacle me are of different worlds. Ja, doch, natürlich geht das. Mit einem Bauchklatscher rein, rüber, schwimmt fertig. Ja, doch, natürlich geht's. And even more so, when this Self-Anniator heralds the destruction of everything. Your strength is obviously a gift of the sleeping and shapeless, immeasurable and fathomless, like a tributary spawned from the abyss that brings death and sin to all. Acheron, a befitting name. Take it from someone on the other side of your so-called river. You know better than you do that Panacone has already deviated from the harmony. Whatever your intentions may be, I foresee only one outcome. Wow, wechselt zur Perspektive von Robin. Gleichzeitig in der goldenen Stunde. Attention, please! Ja, sorry, wir waren die technische Störung. Oh, okay. Das ist doch nicht Robin, oder? Weil Robin ist ja momentan zumindest noch Geschichte. Außer natürlich, das war ein Trugbild, ne? Kann natürlich auch sein. Und sie agiert jetzt im Hintergrund. Aber was ist mit Herrn Sonntag? Dass er so ist, als würde er wirklich weggeslasht werden. Das sind die Chips, die man normalerweise sieht überall. Aber die Grimholtz, sie fiel aus dem Meer, als ob es regnet. Und dann, die Chips einfach verabschieden. Es scheint, es ist die dream-Syn-Tecke, die die Iris-Familie entwickelt hat. Huh? Miss Robin, du meinst, die Chips waren alle Teil der Performance? Aber ich wirklich... Shh! This technology hasn't been made public yet. It was originally planned to debut at the Charmini-Festival. But it seems, it's been leaked. Can you help me keep this secret? The raining chips were supposed to be part of my act. Oh, I see. Then it all makes sense now. I'll do anything. Jetzt musst du aber gucken, wie du hier ein paar Chips zum Fliegen bringst, du. Thank you. That's appreciation. Nein, gib es mir. Gib es mir. Sieht hübsch aus. Das ist nicht Robin. Das ist Sparkle. Hör auf, Knöpfe zu verteilen. Lass das! Okay, es steht ja schon Robin-Frage-Zeichen, ne? Das ist nicht Robin, das ist Sparkle. Sparkle hat nämlich die Knöpfe verteilt. Zumindest an Adventurin. Okay. Aber ist schon hübsch, ne? Ich mag ihre Haare. Guck mal. Walli, 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 Walli! Woo! Okay, let's go. So. Okay. Okay. Ich dachte, das DreamScape sollte ein Paradies sein. Wenn es nicht, dann ist es kein Problem, hier zu bleiben. Es scheint, dass der guten Sir gesehen hat viele große Worte. Und es ist wahr, dass ein Unabhängiger Gast in der DreamScape nicht entdeckt hat. However, sein Ziel ist nicht die Ordinary Gast, sondern die Ambassadoren der IPC. Die Familie wird sicherlich sicher, dass die Sicherheit der Gäste ist der höchste Worte. Frau Robin, ich weiß, dass die Bloodhound-Familie bereits die Themenpark entfernt hat und hat Kontrolle über die Situation. Aber es wird nicht das Problem beurteilen. Die Familie kann es versuchen, um ihre Reputation zu retten. Aber als Gäste, ich will nicht mit meinem Leben vergleichen. Zumindest nicht offiziell, ne? Aha! Nein! Hör auf! Oh mein Gott! Ich glaube, wir jagen hier doch alles in die Luft, Mann! Also, ich nicht, ne? Aber. Du weißt schon, was ich meine. Hör auf! Diese Knöpfe zu verteilen! Oh, was ist denn hier los? Oh助 eveelelelelelele! Jo, geht's dir gut, Mensch? Ja, das passiert, wenn man sich nicht beherrschen kann. Fühlt sich richtig gut. Also, so kann ich auch rampeln. Heißt das, ich könnte berühmt werden? Das kriege ich auch hin, aber auch gerade so. Okay, wir machen weiter. Hi! Es ist Robin! Robin, Fragezeichen. Passt schon. Geh auf deine Knie! Wie sieht die Situation? Wir haben den Thema Park geschlossen. Mehrere Gast sind an die Bizarre Phänomen in der Dreamscape, und so far, keine Angelegenheiten haben. Wir können die Angelegenheit wiederholen. Rest assured, Frau Robin wird unsere Kontrollen intensivieren, um zu verhindern, dass keine Angelegenheiten passieren. Ich信 mich, ihr euch. Aber, was passiert im Thema Park? Was denken Sie, Hound? Es ist okay. Probieren Sie Ihre Meinung. Äh, also... In Wahrheit, ich war da kurz nachdem es passiert. Ist es wahr, dass die I.P.C.'s Ambassadors kamen mit Ill-Intent? Und der Galaxie-Ranger, der schnellst du durch den Sky? Frau Robin, ich will dir die Wahrheit. Jeder hat darüber gesprochen. Die Myriad Faktionen auf Penneconi haben bereits eine Verkaufnahme für alle. Vielen Dank für Ihre Loyalität in der Familie. Der Planeten der Festivitäten hat in ein paar Probleme. Der Repräsentativ von der I.P.C. Er versucht, um die Verkaufnahme von Penneconi zu gewinnen, und ist bereit für eine Wettbewerbe. Natürlich hat die Familie nicht agree. das Ergebnis der Verkaufnahme von Penneconi ist, wie Sie es jetzt sehen. Kein Wunder. Also, das ist die Hauptsache, weshalb die I.P.C.-Staffe verabschieden sind, dass die I.P.C.-Ausflug in den Dream-Scapes verabschieden. Nein! Hör auf, diese Knöpfe zu verteilen! Oh mein Gott! Glaubt noch irgendjemand, dass wir den ganzen Laden in die Luft jagen werden? Also, wir nicht, ne? Ja! Ja! Okay! So, wo müssen wir jetzt hin? Hello! Wer hat doch keinen Knopf? Wer möchte noch? Wow! Hier sind lauter Reporter und so! Oh, warte. Das nehmen wir nochmal mit. Oh, wie süß! Wuh! Das ist so süß! Wuh! Oh mein Gott! Wow! Übertreibt mich nicht, Kumpel! Was? Ich bin nicht gekommen, ich bin hier. Ich bin honnend. Willkommen zu Penneconi. Ein Welt, mit wunderbaren Tränen. Ich kann nicht darauf glauben, dass ich das wirkliche Robben ist! Keine Worte! Wollt ihr nicht vorbereitet für den Charmini Festival? Vorher ist wichtig, aber die Ceremonie ist grundsätzlich über die Great Ones zu verabschieden. mit allen. Wenn es eine Chance gibt, zu singen mit allen, werde ich nicht verabschieden. In der recenten Mishap, ich verstehe, dass es negativ an ein paar unserer Gäste hat. Als Mitglied der Familie ist es nur recht für mich zu kommen, und meine Apolosien zu allen. Aber, äh, bist du sicher, dass es tatsächlich ein Mishap war? Ich glaube, dass alle die Gäste sind, wie die Regen und die Läste, die durch den Schnee. Er sagt, dass es nur ein Spezial-Effekt ist, scheint ein bisschen weit entfernt. Außerdem habe ich mit diesem wunderbaren Gäste gesehen. Er sah wirklich aus und hat sich mit ihm zu sprechen. Ist das auch eine Rolle von der Performance? Alle, bitte nicht aufzuhören. Ich glaube, dass die Familie alle eine gewisse Antwort auf dem Zeitpunkt geben wird. Ah, ja, guckt mal! Aha! Das war doch Sparkle gerade! Jetzt kommt der Charakterzug durch! Oh! Da! Tada! Das war so auffällig! Schon allein hier die ganze Aufmachung spricht für Sparkle! Und dann, bumm! Also ganz ehrlich, wenn irgendeine fremde Person zu mir kommen würde, ja? Und sagen würde, ach ja, drück einfach mal auf den Knopf so, ne? Währenddessen... Äh, ganz ehrlich, what the hell? Ich würde es nie machen! Ich würde das Ding nicht mal annehmen! Erzähl mir die Wahrheit! Erzähl mir die Wahrheit! Warum bist du so langsam, Mensch? Stelleron Hunter, Sam! Alles in Ordnung? Du hast mich angelogen! Bist du Glühwürmchen Seele? Okay! Oh, guck mal! Eins, zwei, drei! Kann ich jetzt... Wartet mal! Ich drück mal von hier! Das geht jetzt! Alles in Ordnung? Oh! Oh! Ich kann jetzt Tasten drücken! Ich weiß, dass du viele Fragen hast. Erinnerst du, als wir die Tod in dem dritten Traumschirm gefunden hatten? Als ich durch die Meme getroffen wurde? In dem Moment, bevor es mich töten hat... Ich sah die Reflexion eines Traumschirmes in den schweißen Pupilen. Die ist auch so geil, oh! Die ist auch so geil, oh! Oh mein Gott... Oh mein Gott! Voll, plooh! Okay, also tötet der jetzt nicht, oder wie, oder was? Sondern schickt dich woanders hin? Oh, dort landen dann die Leute, ja? What? Da kommen wir wieder zum Gefängnis, Leute. Was ich immer und immer wieder sage. Oh, okay. Ja klar, weil sie ja an sich in Häkchen gestorben ist, ne? Die ist im Exil gelandet. Frage ist nur, wie ist sie da wieder rausgekommen? Jetzt ist mir alles klar. Ja, ich bin völlig verwirrt. Nein, es ist alles klar, girl. Okay. Ja, warum muss ich eigentlich immer die ganze Arbeit machen? Immer und immer und immer wieder? Willst du denn nicht knutschen? Ah! Ah! Oh, das geht gar nicht. Wenn du sagst, du darfst das nicht machen, dann willst du es tun. Mann! One! Go! Okay, habe ich nicht. Keine Sorge. Ich sitze ja hier, sicher. Vor dem Computer! Nach einem durchdringenden... Warte, 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 warte! Schnell ausmachen! Nach einem durchdringenden Kreischen breit eine dichte, wilde Flut von Memoria auf deine Brust. Wühlt und wütet, dein Bewusstsein wird wie Papierfetzen in einem Strudel auseinandergerissen. Oh, das hört sich aber echt nicht schön an. Aufgelöst und in den turbulenten, trüben Wogen verstreut. Unzählige Stimmen halten, halten, durch die Symphonie des Memoria wie grollender Donner. Und darunter sticht ein Echo mit außerordentlicher Klarheit hervor. Du weißt, dass es von dem Mädchen neben dir kommt. Eure Herzen schlagen im gleichen Rhythmus. Ruhig, noch ruhiger. Und Gott! Ah, so schnell kann es gehen. Spiel vorbei. Bis in dieser stillen Dunkelheit auftauchende Erinnerungen die Oberfläche kräuseln. Punkt, Punkt, Punkt! Blade? Oh! Natürlich hat er die nicht! What? Oh, Blade! Warte, ganz kurz! Ich muss ihn mir jetzt gerade ganz genau ansehen. Oh mein Gott! Bist du im Anzug sexy? Ja, ich weiß, ich sage das zu jedem, meine Güte. Ich kann da halt nichts für, Mensch. Oh, ich bin Single. Was soll ich tun? Ich muss jeden geil finden. Oh mein, ich ritt mich auch mal schön über Kopf und Kragen, ne? Oh, oh mein, Jötnis! Oh, du bist so sexy! Du bist auch niedlich, aber... Okay, ich bin fertig, ich bin fertig, Leute. Die Stadt der Sünden? Lasst mich dorthin! Oh mein Gott, ist er fürzorglich! Ah, Skript hier von Ayo, oder? Ja, dass alles quasi vorherbestimmt ist. Nein, nein, warte, 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 warte! Oh Gott, beinahe! Das war wahrscheinlich die Sache, wo sie meinte, sie hat sich versucht, dem Skript zu widersetzen. Denn es hieß ja, es ist ja alles vorgegeben. Wir gehen den Weg, den Elio ja quasi vorhergesagt hat, ne? Und sie hat versucht, den zu umgehen, was ja nicht geklappt hat. Also, ich vermute jetzt mal, es geht um Elios quasi Weissagung, ne? Wenn ich das jetzt falsch sage, dann korrigier mich bitte. Falls ich jetzt eine falsche Denkweise an den Tag lege. Also, daraufhin herrschte lange Stille. Keiner von ihnen sprach ein Wort, als wären sie das Schweigen gewohnt. Sind sie ja auch. Äh, zumindest Blade. Erst nach einer Weile durchbrach, wieder ein leises Seufzen. Die Stille im Wagen. Das ist so krass, wenn du versuchst, was zu ändern und es funktioniert einfach nicht. Ich meine, er überlebt das alles, ne? Sie hat schon recht. Oh, das ist so gruselig. Ich würde nicht wissen wollen, wie ich abtrete. Weil wenn das nämlich ein ekliger Tod ist, dann, ne. Dann will ich das nicht schon vorher wissen. Das ist dein nächster Stop. Land der Tränen. Oh, Mann. Ich hoffe, dass du da findest, was du da suchen möchtest. Be es Antworten oder Selbstständigkeit. Punkt, Punkt, Punkt. Ah, Welt! Ich werde aber heute beglückt, Mensch, meine Güte! Was ist dieser Ort? Diese Stimme gerade eben. Herr Young, du bist auch hier? Äh, naja, was ist dieser Ort? Wir wissen ja schon, dass wir jetzt quasi im Exil sind, ne? Wir machen die Stimme. Das heißt also, Sonntag und Robin sind tatsächlich nicht gestorben. Die werden auch hier im Exil rumlungern. Wir machen die Exil. Es ist eine bestimmte Regelung. Abdukt die Menschen aus ihren Tränen und bringen sie hier. Die Frage, die uns bemerkst hat, ob die Tod wirklich in der Tränen existiert, ist, dass die Tod wirklich in der Tränen existiert ist, ist, dass sie eine Kognitive trappe ist. Es wurde durch die Erkrankung aus den Schäden, um die Wahrheit zu verbrechen, hinter den Erkrankungen zu verbrechen, und die Existenz von diesem Fortress, Known als Dreamflux Reef. Every emergence of that meme is related to the Watchmaker. Since Dreamflux Reef is where it brings its captives, it's likely that many of our longstanding questions will be answered in this place. The atmosphere here is darkly different from the beautiful dream. Mhm. And they all look like they're mildly dazed. But from the whispers of the residents they've heard a familiar name. Kala Kala! Naja, wir wissen ja schon, dass er ein kleiner Rabauke ist. Aber das wissen die noch nicht. Let's go! The real dreamscape, the land of the Exiles. Wartet mal, wie spät? Before we go, should we speak to everyone first? Oh, Leute. Ich glaube, ich muss aber jetzt hier erstmal ein Päuslein machen. Äh, ich glaube, ich werde aber wieder eine Folge aufnehmen. Oh mein Gott, ich muss unbedingt wissen, wie es mir weitergeht. Ah, ist das schrecklich. Hahaha. Okay, meine Lieben, ich danke dir wieder fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder und bis dahin. Bye, bye. Buh.